Ottavio Bugatti ist ein ehemaliger italienischer Fußballtorwart, der während seiner aktiven Laufbahn für Serigno Calzico, Spalfaara, SSC Neapel und Inter Mailand sowie für die italienische Fußballnationalmannschaft auflief. Karriere Ottavio Bugatti begann seine Karriere im Jahr 1950 bei Serigno Calzico, bei dessen Mannschaft der Torwart seine ersten Erfahrungen im Profifußball sammelte. Ein Jahr später wurde er von Spalfaara unter Vertrag genommen und absolvierte in den folgenden zwei Spielzeiten in der höchsten Liga, der Serie A, zahlreiche Partien für die Spalfaara. Im Folgejahr erhielt Bugatti sein erstes Aufgebot für die italienische Auswahl, für die er am 16. Juli 1952 in der Qualifikationspartie zur Olympia 1952 gegen die Vereinigten Staaten debütierte. Beim 8 zu 0 Sieg über die US-Amerikaner blieb der Torhüter zudem ohne Gegentreffer. In der fünf Tage später folgenden erstrunden Partie gegen den späteren Olympiasieger Ungarn blieben die Italiener dagegen chancenlos und unterlagen. Mit 0 zu 3 Nach diesem Ereignis wurde der Torwart in den darauffolgenden fünf Jahren nicht für die Nationalelf berücksichtigt. Ein Jahr später schloss er sich dem SSC Neapel an, bei dem er der unbestrittene Stammtorwart wurde und bestritt in den folgenden acht Jahren insgesamt 256 Ligaspiele für Neapel. In den Jahren 1957 und 1958 erhielt er noch fünf Einsätze in der Nationalmannschaft. Bugatti gelang es dabei nicht zu überzeugen und erhielt zehn gegen Tore und gewann nur die Partie am 22. Dezember 1957 gegen Portugal. 1961 wechselte er zu Inter Mailand, wurde dort jedoch nur als Ersatztorwart geholt und konnte sich gegen seinen Konkurrenten Lorenzo Buffo nicht durchsetzen. Auch nach dessen Abgang zwei Jahre später gelang es ihm nicht mehr, an seine Leistungen in Neapel anzuknüpfen und absolvierte sein letztes Ligaspiel am 10. Januar 1965 gegen Catania Calcico. Obwohl er kaum Spielpraxis erhalten hatte, gewann er mit Inter Mailand in den Jahren 1963 und 1965 die italienische Meisterschaft, 1964 und 1965 den Europapokal der Landesmeister sowie in den letztgenannten beiden Jahren auch den Weltpokal. Ausgleichung 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 Vielen Dank.